Meine E-Mail ist noch an. Das muss ich noch ausmachen. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen. So fängt es schon wieder an. So fängt es an. Moment. Wer verschickt heute eigentlich noch E-Mails? Ja, kann ich dir sagen, wer E-Mails verschickt? Michelle. Date Hot Asian ist für Männer über 30, die eine ernsthafte und besondere Beziehung suchen. Bei Date Hot Asian werden sie die perfekte Partnerin finden, die zu ihnen passt. Na toll. Das ist ja krass. Aber das ist doch nett, dass die an dich denken. Ich liebe Filme, in denen sie spontan in Songs ausbrechen. Kann nur drei Stücke Pizza essen. Jedes Mal, wenn ich vier esse, bereue ich das. Das ist die absolut falsche Partnerin für mich. Was heißt denn das, was sie bereut ist? Also sie bereut ist, weil sie dann ganz wilde Sachen macht oder was? Keine Ahnung. Vielleicht muss sie auch brechen. Ich brauche auf jeden Fall jemanden, ist mir egal, ob Mann oder Frau, die mindestens eine ganze Pizza mit vier Käse essen kann, ohne irgendwas zu bereuen. Kein Nichts. No regret de rien mit mir. No regret de la pizza. Aber ich verstehe das. Eigentlich reicht es doch, wenn man sich eine Pizza teilt. Du willst nicht teilen. Aber wenn du eine Pizza teilen wollen würdest, dann würde es ja reichen, wenn sie nur drei essen kann. Das heißt, normale Pizza sind doch immer so acht Slices. Dann würdest du ja quasi fünf kriegen und sie nur drei. Das würde sich doch ausgehen. Du kannst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass du dir wirklich eine Pizza teilst mit jemandem. Du bist acht Millionen Meter groß und hast einen Bizeps, der ist so groß wie mein Kopf und du teilst dir eine Pizza. Du verlierst jeglichen Respekt. Nee, meinen Respekt. Es gibt doch riesige Pizzen da draußen. Ja, eine Familienpizza vielleicht. Ja eben, meine ich doch. Also eine Familienpan-Pizza, die könnten wir uns eventuell teilen. Also in Amerika sind die Pizzen immer wahnsinnig groß. Ich teile auf keinen Fall Essen. Auf keinen Fall. Da bin ich, in Amerika sind die so groß, deswegen, da würde ich da nicht eine Ganze unbedingt essen wollen. Auf keinen Fall teile ich Pizza. Ich habe was Verrücktes, was Unglaubliches hinter mir. Du wirst es nicht glauben. Du wirst mich für verrückt erklären. Erklären, sage es. Erklären. Ich bin, ich habe eine Zeitreise gemacht, letzte Woche. In echt? In echt. Ich bin in das Jahr, und das war interessant, weil man braucht gar keine so verrückten Maschinen dafür. Also es ist auch überhaupt gar nicht notwendig, da irgendeinen verrückten Erfinder ausfindig zu machen, der dich dann an irgendwelche Elektroden anschließt. Sondern es ist ganz einfach. Man setzt sich in Tegel, in einen Flieger, fliegt eine Stunde 45 nach Stockholm. Oha. Und man steigt aus im Jahr 2019. Das ist ein Wunder. Ja, es ist ein Wunder. Und ich kann das, also für die Leute da draußen, die nochmal wissen wollen, wie es war 2019, fliegt nach Stockholm. Es gibt dort lustigerweise kein Corona. Also es hat es dort nie gegeben und anscheinend gibt es dort immer noch nicht. Also wie ein Wunder sind die alle verschont geblieben von diesem, von diesem wahnsinnig nervigen Virus. Es haben nur viele dolle Grippe, ne? Viel mehr als sonst. Ja, aber die testen eh so wenig von, also die Märkten, ich glaube, die wissen gar nicht, was sie da haben. Nein, das stimmt nicht. Sie haben ein sehr gutes System, zumindest in Stockholm, wie sie Virus in der Bevölkerung messen. Und das ist anhand des Abwassers. Aha. Also sie messen im Abwasser, wie viel Virus dort ist und können da sogar auf die unterschiedlichen städtischen Bezirke feststellen, wie viel Virus in der Bevölkerung ist. Ja, das habe ich schon gehört. Doch, das habe ich schon öfter gehört. Das gab es auch, das hat auch Drosten schon mal erklärt. Und was der erklärt, wie du weißt, ist das Wort Gottes. Jedenfalls, ich trinke übrigens Tee, kein Bier, falls du dich fragst, warum ich hier Schluckgeräusche von mir gebe. Das werden wir hoffentlich jetzt gleich ändern. Bald, bald ändern, ja. Aber was ich noch dazu Schweden sagen wollte, war, es war interessant. Also sie haben gar keine Maskenpflicht. Sie haben keine Testpflicht für Leute, die aus Risikogebieten kommen, keine Quarantänepflicht, keine, also wirklich gar keine Restriktionen, was jetzt Geschäfte angeht. Die Restaurants dürfen ewig offen haben. Die Clubs haben offen. Die Clubs haben offen mit dem kleinen Unterschied, dass dort niemand mehr stehen darf und tanzen darf, sondern man sitzt und kann sich zu lauter Musik nicht unterhalten. Aber man kriegt trotzdem Alkohol. Das ist ja toll. Also es ist ein sehr, es ist ein ganz neues Club-Erlebnis dort oben. Hatten auch keinen Lockdown oder sonst irgendwelche Verbote, sondern lassen einfach so, dass die ganze Sache so durch den, durch die, durch die Bevölkerung ziehen, mit dem ursprünglichen Ziel, Herdenimmunität zu erreichen. Obwohl es noch in keiner Pandemie gelungen ist, Herdenimmunität zu erreichen ohne eine Impfung, also ohne einen Impfstoff. Dieses haben aber die schwedischen Wissenschaftler, ich glaube, die glauben nicht daran. Was ich aber sehr interessant fand an Schweden, ich habe da einige meiner alten Freunde gesehen, die ich schon seit fast eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen habe. Und unter anderem auch meine arme Großmutter im Altersheim besucht. Im Altersheim sind auch schon einige Leute an Corona gestorben. Ich wollte gerade sagen, gibt es nur noch sie oder gibt es auch noch andere? Hat sie noch ihre Kumpels? Also es gibt noch andere. Sie weiß, glaube ich, nicht, dass es die anderen gibt, weil sie ist mittlerweile ein bisschen dement geworden. Aber sie spricht noch fließend Deutsch. Also das sitzt noch wie eine Eins. Und sie ist, ich habe sie halt draußen getroffen und mit meiner Mutter zusammen und haben dort mit ihr geredet. Und da sind halt, ich glaube, in dem Altersheim gab es einige Fälle von Corona, wo halt dann die Alten gestorben sind. Aber das ist dem schwedischen Staat ja egal, weil der schwedische Staat hat von Anfang an gewusst, ja, das wird teuer und mühsam, die Alten und die Schwachen zu schützen. Und deswegen hat man halt diese andere Herdenimmunitätsstrategie verfolgt. Was ich aber so wahnsinnig faszinierend finde, ist, dass ganz viele meiner Freunde eben, die ich getroffen habe, so unkritisch mit dieser Herangehensweise umgehen. Also keiner stellt die Forscher in Frage, keiner stellt das Gesundheitsministerium in Frage. Die Regierung sagt fast gar nichts, sondern es sind nur eigentlich diese drei vom Gesundheitsamt, die Ansagen machen und die Empfehlungen abgeben. Unter anderem ein Epidemiologe, der Tengnell heißt, der eigentlich schon zu einem Heiligen erklärt wurde. Und die ganze, die mediale Landschaft auch unfassbar unkritisch. Also wir in Deutschland haben das ja eigentlich alles, kann man ja sagen, was man will, im internationalen Vergleich sehr gut gemacht. Trotzdem haben wir sehr, sehr kritische Stimmen im Land. Und trotzdem wird sehr, sehr viel in Frage gestellt. Ja, habe ich noch gar nicht gemerkt. Doch, natürlich. Ein Witzmann, Alter. Also das ist ja hier auf jeden Fall ganz, ganz anders. Ja, sag mal, und die Leute, die jetzt Oma und Opa zum Beispiel verloren haben oder so, hast du da auch welche von im Freundeskreis? Sagen die dann nichts? Also ein Freund von mir, der ist sehr wütend über diese ganze Geschichte. Aber eigentlich ist die Schweden nicht so ganz, dadurch, dass Schweden so säkularisiert ist und ja, Familiensinn nicht mehr ganz so stark ausgeprägt ist, wie vielleicht in Italien oder Spanien, auch in Deutschland zum Teil. Ja, in Deutschland stehen wir jetzt aber auch wirklich nicht so groß für Familiensinn. Wir haben ja auch sehr klein, darum kommen wir ja so gut klar mit dem Social Distancing, weil wir halt viel kleinere Familienverbände haben, ne? Drei, vier Leute oder so. Aber trotzdem noch mehr als die Schweden. Die Schweden sind schon sehr, sehr, sehr individuell aufgestellt. Also das ist schon sehr, sehr früh eine Abkapselung von der Familie. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, in Deutschland zählt auch vor allem durch die starke Kirche immer noch sehr hochgehalten diese Kultur. Und deswegen ist es, also weißt du, deswegen meine ich nur, wenn in Schweden ein älterer Mensch, der 85 ist, stirbt, dann gehen nicht sofort die Familienmitglieder auf die Barrikaden. Sondern die sind dann eher so, dass sie, das ist jetzt eine Verallgemeinerung oder eine Generalisierung, aber sie sind eher so, dass sie sagen, ja, der war ja, unser Großvater war ja eh schon 85 und da kann ja die Regierung jetzt nichts dafür. Also das ist ein bisschen, wird dort ein bisschen anders. Aber die haben doch auch Gefühle, oder nicht? Sie haben Gefühle. Ich habe nichts auf der Welt mit Kirche am Hut und ich wohne auch nicht mit meiner Familie zusammen. Aber ich würde total auf die Barrikaden gehen. Hä? Wenn deine Mutter jetzt 90 ist und im Altersheim ist und es kommt ein Coronavirus, der nur die Alten trifft und dann... Würde ich durchdrehen. Würde ich alles in Bewegung setzen auf der Welt, um die zu retten. Alles, was es gibt. Die Schweden sind nicht so aufgeregt wie du. Die Schweden, okay. Ja, ich bin jetzt sauer auf die Schweden. Also dadurch, dass Schweden säkulärer ist als Deutschland, hat das noch nicht zu so viel Aufregung geführt wie hier. Und außerdem wird sehr wenig in Frage gestellt. Als Schwede soll man sich die gleiche hinter die nationale Linie stellen. Also es ist eine ganz komische Art von Nationalismus und Nationalstolz. Und wir Schweden machen es anders als der Rest der Welt. Wir wissen es vielleicht auch ein bisschen besser als der Rest der Welt. Und wir sind nicht so aufgeregt wie der Rest der Welt. Und am Ende wird sich zeigen, dass wir es eigentlich besser gemacht haben als der Rest der Welt. Das ist so ein bisschen die Herangehensweise. Ich muss sagen, es färbt ein bisschen ab. Weil als ich dort war und saß mit mir im Restaurant und habe ein Seafood-Plateau bestellt. Und man saß so in einem Restaurant, zwar mit ein bisschen mehr Abstand als sonst, aber trotzdem so lange, wie man wollte. Und keiner mit Maske. Und als einem so die Austern-Schalen ins Gesicht flogen vom Knacken und so, dann dachte man sich, shit, man merkt gar nicht, dass da draußen in Deutschland die Zahlen so wahnsinnig hoch gehen. Und dass diese Pandemie gerade in Europa eine zweite, viel heftigere Rewelle erlebt. Man konnte da ganz gut vergessen, was im letzten Jahr passiert ist. Und dann kamst du wieder und ich habe gesagt, du kommst aus Schweden. Mit dir treffe ich mich nicht in einen Raum zum Podcasten. Aber am Telefon, ne? Aber am Telefon. Ja, aber am Telefon kann man auch keine Dings übertragen. Das wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Das stimmt. Möglich schon. Könnte sein. Alles ist möglich. Alles ist möglich bei diesem Virus. Ich halte nichts für ausgeschlossen. Du, was auch nicht ausgeschlossen werden sollte aus diesem Podcast, ist unser Bier. Und ich habe dir aus Schweden, weil ja Schweden jetzt hier ein bisschen Thema war, ein feines, kleines Bierchen mitgebracht. Und zwar ist es wahrscheinlich das ikonischste und populärste, meistgetrunkene Bier in Schweden. Gar nichts fancy mit Mikro Brewery oder Craft Beer, sondern es ist ein gängiges Lagerbier. Es heißt Prips Blow. Dieser A mit einem Kreisel oben drüber wird ja auf Schwedisch O ausgesprochen. Und es ist ein 5,0-prozentiges Lagerbier und gehört heute zur Karlsberg-Gruppe. Diese Brauerei Prips oder Prip wurde 1828 gegründet, wurde dann wie eine kleine Prostituierte oder Prostituiertär durchgereicht von A nach B zu C zu D und immer wieder übernommen und immer wieder verkauft. 1993 hat sogar Volvo kurz Prips gekauft, bis es dann, ich glaube, 1997 oder ein bisschen danach von Karlsberg übernommen wurde und in die Karlsberg-Gruppe integriert wurde. Karlsberg, da gehören ja sehr, sehr viele gängige Marken dazu. Ich glaube, unter anderem eine deutsche Marke, die dazugehört, ist Holsten, Astra, Duckstein, Lübzer. Und ja, der viertgrößte Brauereikonzern der Welt ist Karlsberg mit einem Umsatz von 9,48 Milliarden Dollar Umsatz. Zumindest im Jahr 2016 41.000 Mitarbeitern. Aber ich weiß, dass du das immer hatest. Das interessiert mich gar nicht. Nein, aber Karlsberg hat der Grund, warum wir untergierige Häfen haben, ist, weil der, wie hieß er nochmal, dieser Jakobs von Karlsberg, auch ein Physiker, hatte 1883 diese untergierigen Häfen entdeckt in einem Labor in Kopenhagen. Und dieses Labor forscht auch heute noch in ganz vielen Bereichen, ist mittlerweile unabhängig vom Konzern. Und ja, also ohne diese untergierigen Häfen, die dieser Mann isolieren konnte, würde es ganz viele gängige Biersorten auf der Welt nicht geben. Also alle untergierigen Biere, die auf der Welt gebraut werden, haben ihm was zu verdanken. Knaller. Emil Christian Hansen heißt er. Emil Christian Hansen. So. So. Das haben wir jetzt schon gelernt. So, dieses Bier hier, was wir jetzt gerade nach in den Händen halten, gibt es seit 1959. Dein Geburtsjahr. Mein Geburtsjahr, ja. Was für ein Zufall. Er ist unglaublich. Wird in Schweden als Starkbier bezeichnet. Es gibt ja diese verschiedenen Kategorien. Volkbier und leichtes Bier und Mittelbier und Starkbier. Und dieses gehört eben zu den Stärkeren. Und ich dachte, vielleicht kannst du einmal kurz dieses Döslein beschreiben. Ja, es ist wirklich ein Döslein. Es ist eine 0,3-Dry-Dose. Diese ganz typische kleine Bierdose. Sie ist bedruckt mit einem royalen Blau, würde ich es nennen. Und es ist auch eine Corona mit drauf. Dann steht da Pripsbla. Das ist so ein Blö, Blö. Blö. Blö, das ist so eine Art Wappen. Das steht da in so einem Schrift, in so einem Fähnchen. Dann haben wir ein Segelschiff, ein Dreimaster, glaube ich. Und ein Einhorn und einen Löwen, die links und rechts vom Wappen stehen. Der Löwe mit Schwert. Das Einhorn mit einer langen, gefährlich aussehenden Zunge. Und Export steht noch drauf. Und rundherum ist ein kleiner, goldener Rand. Und weiteres gibt es über die Dose eigentlich nicht zu erzählen. Vielleicht darf ich noch kurz sagen, was da noch auf der einen Seite für ein Sprüchlein draufsteht. Es steht, ein Bier mit Traditionen und Träumen über die Zukunft. Ja. Und oben drüber steht, die Stärke sitzt im Geschmack. Stirkan Sitta Ismaken. Richtig, richtig. So, hier kommt das Geräf von Pripsbla Export. Ja, ich würde sagen, jetzt nicht nur ein gängiges Bier, sondern auch ein gängiges Geräusch. Nebi riecht wie in einer Kneipe am nächsten Morgen. Ja. Ne? Und die Dose ist sehr dünn. Sobald man sie aufgemacht hat, zerfällt sie einem fast in den Fingern. Klassisches Biergerüchlein mit ein bisschen Zitrus drin. Ja, ich probiere. Aber schöne, klare Farbe, Schaum bleibt länger. Ja, ganz klar, viel Schaum. Klar, es filtriert. Ich probiere. Es ist sehr klar, dieses Bier. Aber golden klar. Oh Gott. Es ist sehr bitter. Oh ja. Ich weiß, dass es nicht spannend ist, aber in mir erweckt es sehr, sehr viele nostalgische Gefühle. Wenn ich in Schweden sitze, im Scherenhof auf einer Klippe, dann geht sowas schon mal ganz gut runter, würde ich sagen. Ich muss dir sagen, mir schmeckt das so ein bisschen wie in meiner Jugend, wenn auf irgendeinem Scheunenfest, Fußballvereinsspiel oder irgendwas oder auf Kirmes irgendwer heimlich am Bötchen Bierchen gekauft hat. Und ich trinke das und denke mir so, eigentlich bin ich noch nicht so weit, aber ich habe Bock mal zu probieren, wie das ist, wenn es knallt. Also nostalgisch ja, lecker, nein. Sorry, im Gedenken an die Zukunft. Weißt du, was es ist? Es ist so ein Bier, was man im Flugzeug kriegt. Ja, wahrscheinlich. Es ist so ein Bier, wenn du oben auf 10.000 Meter Höhe rumfliegst und dann servieren die dir was, was du noch gerade so schmecken kannst. Also nicht so ganz wässrig, was doch gerade so ein bisschen genug Bitter und Spritzigkeit hat, dass man das da oben auf der Höhe bei dem Druck noch schmecken kann. Ja, ja. Das ist so ein Bier. So ein bisschen Billo schmeckt es. Ja, aber ich finde jetzt nicht, dass es so widerlich ist, dass man das wegstellen würde oder auskippen würde, aber es ist natürlich nicht das, was wir unseren HörerInnen empfehlen würden. Nee. Nee, aber die Dose ist interessant und ich mochte den schwedischen Spruch. Das Design ist nett, ja. Ja. Das ist gut. Das ist anscheinend der Hafen just vor der Küste von Göteborg, weil aus Göteborg kommt die Brauerei ursprünglich her. Ich gehe direkt in die Bewertung bitte. Ja. Schaum geboren. Es ist ein Podcast. Könnte man zweimal sagen, dass es ein Podcast ist. Dreimal muss man es nicht sagen, weil wer es jetzt noch nicht verstanden hat, der kann sich vielleicht nichts merken und man sollte sich das Gehirn untersuchen lassen. Und wird es wahrscheinlich auch niemals vier stehen. Ich glaube, es ist, wir sind gerade von einer Zeitreise sozusagen, so eine Zeitreise in so einer komischen Zentrifuge und man ist total durchgerüttelt und durchgeschüttelt worden. Und man landet so in einer anderen Zeit und zwar ein bisschen so wie in dieser Ridley Scott Serie Raised by Wolves. Hast du schon gesehen? Nee. Mit so ganz engen Latexanzügen kommen wir plötzlich zu uns und mit so ganz eckigen Sonnenbrillen und irgendwo in der Ferne läuft Kraftwerk, komischerweise. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Und dann landen wir da so und da ist so eine ganz fremde Rasse, so ein bisschen kleinere Menschen, alle ungefähr deine Größe. Du fühlst dich direkt sehr zu Hause und ich werde sofort angesehen als deren König, weil ich halt so wahnsinnig groß bin. Und dann sagen sie, wir verstehen nichts. Und dann geben sie uns so Kopfhörer und plötzlich können wir verstehen, was sie sagen. Und sie sagen so, seid willkommen, König und seine Dienerin. Wir haben für euch ein Getränk. Und dann reichen sie uns dieses Bier Pripsblow und ich nehme mal einen Schluck und ich sage, ja, in der Zukunft ist das Bier immer noch gut. Und ich sage, Dienerin my ass, Alter, ich mag das Bier nicht und ich mag diese komischen Männchen nicht. Und dich als meinen König mag ich sowieso schon mal gar nicht. Und dann steige ich wieder in meine Zeitzentrifuge. Und ich sage, hier geblieben, trag meine Koffer. Und dann bin ich schon weg. Und du bist allein. Allein, 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 allein. Ja gut, aber ich meine, allein auf so einem Planeten, wo sie mich quasi als Semigott sehen, finde ich okay. Ja, Herr Fun, ich bin weg. Naja, naja. Ich bin weg, ich bin weg. Und eine schöne Sache, bevor wir jetzt ganz weggehen vom Pripsblow und seinem schönen Design, ist, dass ich noch kurz einmal mich bedanken möchte für etwas, was auch ein sehr schönes Design hat, was uns eine Schaumerin zugeschickt hat. Ich habe nämlich einen Brief bekommen, einen dicken von meiner Schauspielagentur. Da ist immer die ganze Fanpost drin, die Leute, die gerne so Autogrammkarten haben wollen. Da war aber jetzt diesmal ein dicker Brief mit dabei. Und da drin waren zwei Paar Socken. Und auf diesen Socken ist ein wunderschönes Bier drauf und so ein ganz cooles Muster. Und zwar einmal in Größe 35 bis 38 für mich und einmal in groß für dich. Ich habe sie dir schon gegeben. Ich weiß nicht mehr, welche Größe. Ja, vielen Dank. Und die sind sehr, sehr schön. Sehr schön. Und da steht drauf Bier-Time-Socks. Und dazu kam folgender Brief. Liebe Birte, lieber August, damit ihr auch im Winter immer warme Bier-Podcast-Füßchen habt. Leider kenne ich eure Schuhgröße nicht. Also auf gut Glück. Euer Podcast ist super. Macht weiter so. Ich freue mich jeden Freitag aufs Neue. Einen lieben Gruß, Andrea. Ja, und da muss ich sagen, vielen herzlichen Dank. Das ist ja quasi auch jetzt eine Bewertung, die ich vorlese. Und ansonsten möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, hey, wenn ihr uns Geldgeschenke, Dackelbabys oder Socken schicken wollt, her damit. Ja, immer willkommen. Vor allem Geldgeschenke wären gut. Genau. Gold, Perlen oder was auch immer. Genau, wir nehmen auch Silber und Gold und Edelsteine. Silber, Gold und Edelsteine nehmen wir auch gern. Genau. Bewertung. Haben wir sowas? Haben wir noch eine? Ja, wir haben eine. Und zwar haben wir eine bekommen von Fresh Flash 2000. Das ist ja ein geiler Name. Fresh Flash. Fresh Flash 2000. Bier und Nüsschen. Der Podcast lädt einmal, andere Biere zu testen und sich nicht nur auf die üblichen Brauereien zu konzentrieren. Die von euch vorgestellten und gut bewerteten Biere sind echt mega lecker. Jedes Mal, wenn ich euren Podcast höre, will ich mich mit einem Bier und mit Nüsschen verziehen. Wo sind die eigentlich derzeit im Podcast? Hm. Hm. Ein kleiner Hm-Emoji. Oder auch unbedingt mit euch zusammen ein Bier trinken. In diesem Sinne, Prost. Vielen Dank für diese Bewertung. Wenn ihr uns bei Apple Podcasts oder bei iTunes bewertet, dann lesen wir das natürlich sehr, sehr gerne vor. Also immer draufklicken, was schreiben und abschicken. Ja, ich kann dir sagen, wo die Nüsschen sind, die sind nicht da, weil wir haben so viele Beschwerden bekommen von einigen von euch, dass das nicht so schön klingt, wenn wir die ganze Zeit essen beim Podcast. Ich finde das aber auch schade. Und wir geben sehr viel auf Beschwerden. Wir geben sehr, sehr viel auf Beschwerden. Sehr viel. Jede Beschwerde lesen wir auch vor, übrigens. Ja, wir lieben Beschwerden. Wir lieben aber noch mehr, wenn ihr eine Beschwerde habt, wenn ihr uns trotzdem fünf Sterne als Bewertung gebt. Genau. Ach, ist das schön. Ohne Bewertungen, August, da wären wir lost. Wo wären wir da? Wir wären lost. Lost wären wir, August. Lost, lost, lost. Lost ist das Jugendwort des Jahres 2020. Wirklich? Ja. Lost? Lost. Verloren. Aber das englische Wort? Ja. Okay. Das habe ich just in der Zeitung gelesen und habe gedacht, Jugendwort des Jahres finde ich gut. Da war nämlich ein langer Artikel und da stand auch drin, was die Jugendwörter der letzten Jahre waren. Und das fand ich sehr interessant, weil ich die entweder noch nie wahrgenommen habe als Jugendwort oder gar nicht wusste, was es ist. Dann habe ich gedacht, das ist was, da kann ich mit dir drüber reden, weil ich natürlich gerne wissen möchte, ob ich alleine, ob ich lost bin mit dieser Erkenntnis. Oder ob du da vielleicht bei mir bist. Ich würde sagen, ich bin ja eher an der Jugend dran. Du bist an der Jugend dran. Ich bin da rechts mich dran, deswegen glaube ich eher, dass du da lost bist. Ich bin nur zu lost ja quasi. Zuständig. Nicht wahr. Also ist es so, es gibt dieses Jugendwort des Jahres, das wird schon sehr lange gewählt, aber zwischendurch wurde es mal kurz ausgesetzt, weil Langenscheid von Pons übernommen wurde. Und dann wurde das als Werbeaktion umstritten und war halt irgendwie nicht mehr so cool. Aber inzwischen wird es wieder gewählt und ich möchte da jetzt gar nicht lange mit dieser Kritik daran verbringen, sondern wollte euch kurz etwas eben über diese Jugendwörter erzählen. Und zwar gab es drei Wörter, die 2020 zur Debatte standen. Also einmal lost. Ich denke, wir wissen eigentlich, was das heißt. Nicht wahr? Glaube ja. Ahnungsloses und unsicheres Verhalten wird mit dem Wort lost beschrieben. Es hat sich mit 48 Prozent der Stimmen gegen die anderen Finalisten durchgesetzt. Die anderen Finalisten waren Cringe. Was ist das? Das ist jetzt der Test, ob du das weißt? Naja, Cringe ist, wenn man irgendwas wahnsinnig Peinliches sieht oder Fremdschämendes sieht und dann dieses Gefühl von, oh, ich cringe. Also aus dem Englischen ist es wahrscheinlich sowas wie fast ein bisschen zusammenkrampfen, weil es so fremdschämend ist. Genau. Und du sagst aber nicht, ich cringe, sondern du siehst quasi, wie ich was Schlimmes mache und dann sagst du Cringe. So. Und das andere Wort, das ich durchgesetzt hat, war, also was ich nicht durchgesetzt hat, war Wild mit Y. Ah ja, okay. Was heißt das? Wild. Wild mit Y. Das heißt wahrscheinlich so, dass das ironisch, oh, das ist ja wild, das ist ja echt crazy. Ja, das ist genau, das ist also ja nicht ganz, es ist eigentlich gar nicht ironisch, es ist so, wie wir früher gesagt haben, krass ey. Da sagst du jetzt wild, wild. Genau. So ist das. Und es gibt noch andere aus den letzten Jahren, die ich auch überhaupt nicht kannte und wusste und dachte, ich frage dich jetzt einfach mal, ob du weißt, ob das ist. Ist das okay? Okay, bist du, möchtest du diese Challenge, um bei den Anglizismen wieder anzukommen, diese Challenge, möchtest du sie annehmen? Ich sage dazu, diese Wörter sind fast alle oder nee, viele davon sind aus dem Englischen entlehnt oder einfach entnommen. Das kommt daher, dass die jungen Leute gerne auch mal sich aus dem Englischen bedienen. Könnt ihr jetzt gut finden, liebe Schaumis, oder nicht? Das ist so. Wir können es jetzt auch nicht ändern. Ich möchte diese Challenge annehmen, meistern und werde sie beherrschen. Wild. Okay. Du bist so cringe heute. Smombi. Ein Smombi? Ja. Ja, das ist ein, also ein Smombi ist ein, ganz einfach, ein, wie wenn jemand wahnsinnig müde ist und Zombie ist, aber halt scharf. Deswegen wird er mit S und dann Zombie wird er ein Smombi. Falsch. Oder Smart, nein, er ist Smart, er ist Smart und ein Zombie. Deswegen ist er ein Smombi. Auch falsch. Smombis sind die Leute, die die ganze Zeit auf ihr Smartphone glotzen und deshalb für die Welt nicht mehr ansprechbar sind. Das ist ein Smombi. Du bist so ein Smombi. Das finde ich ein gutes Wort. Ja, Smombi, Smartphone-Zombi quasi. Finde ich gut. Okay, cool. Das hat in den letzten Jahren auch schon einmal gewonnen. Außerdem hat gewonnen, läuft bei dir. Läuft bei dir, ja gut. Das kennen wir jetzt inzwischen, habe ich auch schon öfter gehört. Das ist allerdings jetzt schon nicht mehr cool. Also das ist ungefähr so wie bei uns damals, wenn unsere Eltern gesagt haben, hey, das ist ja fetzig. Und wir so, oh, Mori, man sagt nicht mehr fetzig. Oder wenn die Eltern sagen, was machen denn die Kids zurzeit in der Schule? Genau, genau. Und deswegen, so ist jetzt schon läuft bei dir. Das heißt, du darfst es nicht mehr benutzen, wenn du bei den jungen Leuten punkten willst, nicht? Noch punkten, okay, alles klar. Gut, weiter geht's. Ehrenmann slash Ehrenfrau. Ehrenmann, Ehrenfrau. Mhm. Ja, selbst erklärend, oder? Es geht so. Wir hätten ja, wir würden ja jetzt denken, das ist jemand oder, ja, jemand, der sich besonders ehrenhaft verhält und was Gutes tut für die Welt oder so. Aber Ehrenmann, Ehrenfrau hat man einfach nur gesagt, wenn jemand was Nettes für einen gemacht hat. Also wenn ich dir jetzt im Supermarkt ein Bier klauen würde, was jetzt wir nicht als so ehrenhaft empfinden würden. Und dann gebe ich dir das und du sagst dann, ey, Ehrenfrau. Ah, okay, ja. Also eigentlich heißt es Danke. Oder, ja, eigentlich heißt es Danke. Ehrenfrau. Okay. Okay. Gut, jetzt wird es hoffentlich etwas einfacher. In den Jahren zuvor haben ebenfalls gewonnen. Flysein. Ja, aber das ist ja ein ewig alter 70er, 80er Jahre Ausdruck aus Amerika. Aber der ist jetzt erst bei den deutschen Kids angekommen. Ja, das dauert immer ein bisschen länger bei den Deutschen. Das muss ja auch erstmal, das ist quasi ein... Das muss erstmal sacken. Das muss erstmal über den Ozean reisen. Wie die IPAs. Ja, klar. Also Flysein... Da sind wir wieder beim Bier. Ja, richtig. Flysein kommt aus dem Englischen, natürlich kommt aus dem Hip-Hop. Und wenn jemand Fly ist, ist er halt besonders cool, richtig? Ja, aber bitte, wenn jemand besonders cool ist, ist er... Wild. Superfly. Ach so, ja, das stimmt. Stimmt, Superfly gibt es auch. Richtig. Dann E-Bims. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den Scheiß immer noch lustig. Ich finde es auch immer noch gut. E-Bims. Wie wir Freude haben. Ja, Mann. E-Bims ist ganz Fly. Er zieht immer noch. Er zieht immer noch. Ja, ja, ja. Er hält sich. So, dann Babo. Babo? Nee, Babo. Babo. Nein, nicht Babo, sondern Babo. Der Babo. Babo. Du bist der Babo oder was? Machst du einen auf Babo? Bist du der Babo? Nee, du bist nicht, ich bin der Babo. Ach so, wieso bist du der... Aha, du bist der Babo. Ich bin der Babo von diesem Podcast. Du bist der Chef? Ja, Babo ist der Chef. Ah, okay. Dann, das kennst du auch, bestimmt, dieses Wort. Das gab es auch noch nicht, als wir jungen waren. Lauch. Du, ach, so das und Lauch. Ja, doch, das kenne ich. Ja, Lauch gibt es, glaube ich, habe ich noch nicht gehört, dass Frauen als Lauch beschimpft wurden. Lauch sind dünne Männer. Ja, ja, das hast du schon mal im Podcast gesagt sogar. Daher kenne ich das nämlich. Verbugged. Verbugged. Ja, das ist, wenn irgendwas kaputt ist oder kompliziert, weil da Bugs drin sind. Also so dieses aus dem IT-Kommend-Bugs. Genau, genau. Und wenn ich jetzt aber dann nicht schaffe, ein Ikea-Regal zusammenzubauen, dann kann ich jetzt auch dafür benutzen inzwischen. Das ist ja total verbuggt. Oder die Mathearbeit, die war verbuggt, Mann. Die reden alle so. Aber kannst du auch sagen so, anstatt sagen so Fack, dass du sagst, verbuggt. Verkackt. Verkackst du es? Verpackt. Verpackst du es? Bist du allein. Gehst du allein. Das weiß ich nicht. Das müssten wir jetzt jemand Junges fragen. Aber wir haben jemand Junges. Kann man auch sagen, du hast es verbackt, Alter. Du hast es echt wieder verbackt. Verpackt hört sich an, als hätte ich ein Rezept falsch gebacken. Als hätte ich ein Ei zu wenig benutzt. Du hast es vollkommen rot total verbuggt. Ja, das kann man wahrscheinlich auch sagen. Aber das ist, glaube ich, eher was für Muri und Fadi. Das wäre so für uns. Das käme dann wahrscheinlich eher aus der Konditor-Branche. Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist auch ein bisschen wichtig, dass man das so Rapper-mäßig alles sagt. Ich versuche das jetzt die ganze Zeit so Rapper-mäßig zu sagen. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Ich merke, dass du das machst. Doch, ich habe es gehört. Ich höre das die ganze Zeit. Ich kann das noch nicht so gut wie du. Deswegen überlasse es dir. Ja, ich verfalle auch. Manchmal bin ich so Kölsch-Rapper-mäßig und dann manchmal bin ich so Berliner-Rapper-mäßig. Ich kann das auch nicht so richtig. Aber egal. Ich bin immer Rödelheim. Rödelheim-Hardrhyme-Project. So, das erste Wort, 2008 wurde das erste Jugendwort überhaupt gekürt. Das hieß Gammelfleisch-Party. Das ist sehr schlimm, weil das uns beide direkt betrifft. Weißt du, was eine Gammelfleisch-Party ist, Mann? Ja, mit alten Leuten wahrscheinlich. Das ist eine fucking Ü30-Party, Alter. Verbackte Scheiße. Das ist ja herrlich. Ach, es ist furchtbar. Das finde ich sehr lustig. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so... Ich fühle mich schon sehr alt. Ich fühle mich außerdem sehr alt, weil ich dann nachgeguckt habe, wie ist das eigentlich bei uns da? Also ich habe dann mal gegoogelt, so Jugendwörter in den 90ern. Da wurde dieses Wort zwar noch nicht, dieses Jugendwort noch nicht gekürt, aber ich habe ein paar gefunden und wollte dich jetzt mal fragen, ob du die kennst. Ich sage mal, was ich mal gesagt habe früher. Ja, sag mal. Affengeil. Affengeil, hast du gesagt? Affengeil war so ein... Ja, ich habe gesagt Amokgeil. Oder Affentittengeil oder irgendetwas. Amokgeil, habe ich immer gesagt. Amokgeil. Amokgeil. Das habe ich auch genau so gesagt übrigens. Amokgeil. Amokgeil. Hast du auch gesagt, oder was wir auch gesagt haben, war, boah, das ist ja entgeil. Entgeil. Das wurde dann später Entsgeil. Entsgeil, das kam dann später. War das nicht irgendwie so eher Ende 90er, Anfang 2000er? Ja, das kann gut sein. Weil, wenn ich jetzt so an die Jugendwörter denke, denke ich so Ende, Anfang der 90er so ein bisschen. Weil geil, da kam ja erst dann geil. Nee, geil gab es bei mir schon immer. So ganz früher haben die sowas gesagt wie, also wirklich in den 90ern kam so null Bock. Genau, genau. Dann wurde daraus später, ey, das bockt voll. Oder das bockt nicht, Mann, das bockt nicht. Aha, aha, aha. Ätzend kam ja auch irgendwann so Ende der 80er. Ätzend ist auch auf meiner Liste drauf. Ebenso wie das fetzt. Ich krieg die Krise, hat man früher gesagt, wenn man cool war. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Das hat alles noch so ein bisschen Öko-Dings auch mit dabei. Ja, ja. Oh, ich krieg die Krise, ey. Und das klingt vor allem auch alles so viel deutscher. Das ist nicht so veranglizistisch. Nee, genau. Da hätte ich gesagt, oh, August, das Bier, das schockt voll. Das schockt. Da hat man das doch eher so gesagt. Noch nicht so Rapper-mäßig, sondern eher so, oh, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das schockt nicht so. Das ist ja genial, August. Ja. Ne, sowas hat man gesagt. Ultra und Mega kam da auch. Ultra und Mega sind natürlich auch auf meiner Liste. Ebenso wie genial. Das war auch noch nicht so ein Wort, das man vorher gesagt hat. Das ist ja genial. Hat man das wirklich gesagt oder warst nur du das? Nein, das hat man gesagt. Das hat das Internet mir gesagt. Aha. Ja, ja. Ich erinnere mich nicht, dass wir auf meiner Schule genial gesagt haben, aber... Hatte ich schon gediegen? Die was? Gediegen. Nein, das hat man nicht gesagt. Doch. Klar. Wirklich? Du hast ein Bier getrunken und wenn es lecker warst du gesagt, boah, gediegen, Alter, gediegen. Das ist wie Gönn dir. Gediegen, Mann. Gediegen. Und weißt du, was ich auch gesagt habe? Manche haben Edel und Nobel ganz oft verwendet damals. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, 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 genau. Das ist voll edel, ey. Ach so, edel, gediegen, gediegen. Dann kommen die alten Ökos, die haben dann ganz früher gesagt, boah, abgefahren. Das war mal cool, wenn das jemand gesagt hat. Ja, das mag ich aber. Abgefahren finde ich gut. Abgefahren. Das sage ich immer noch. Echt abgefahren. Echt abgefahren. Übelst. Oder das kann man auch kombinieren. Das ist übelst abgefahren. Aber übelst ist ganz neu. Das haben die jetzt echt, das sagen sie echt in Berlin seit 2010. Ja, aber bei uns hat man übelst schon früher gesagt. Nee. Wirklich? Ja. Und übelst abgefahren. Bei uns nicht. Aber weißt du, was ich gerade, ich habe ja diesen 80er Jahre Krimi da gedreht letztes Jahr. Und da habe ich ganz oft gesagt, stark. Weil das hat man in den 80ern viel gesagt. Stimmt. Das ist ja stark. Das ist echt stark. Wenn du es so sagst, so wie du es jetzt gesagt hast, könnte man es jetzt noch sagen. Das ist ja echt stark. Ja, aber das macht keiner mehr. Heute benutzt es keiner mehr. Das ist echt stark. Weiß ich nicht. Ich glaube, doch, man benutzt es schon. Aber früher hat man das halt so benutzt, als würde man so ein cooles Wort sagen. So wie wenn ich jetzt sagen würde, boah, fett. Dann hat man damals gesagt, das ist ja stark. Und wann hat man gesagt, Hardcore? Mitte der 90er, glaube ich. Ja, später auf jeden Fall. Das ist echt Hardcore. Hardcore-Vibes. Yeah, yeah. Da gab es doch dieses Techno-Lied. Kennst du das noch? Da gab es einige. Ich glaube, Scooter hat in jedem Lied Hardcore gesagt. Hardcore. Das ist forder Hardcore. Übelst geil. Für alle, die sich für Scooter-Poesie interessieren, ich habe auf meinem Instagram-Account zwei Gedichte beziehungsweise zwei Lieder vorgelesen während Corona-Zeiten. Das ist mir sehr wichtig. Ich halte sie für vielleicht die besten Lyriker im deutschsprachigen Raum heutzutage. Sind Scooter mehrere? Ich dachte, das ist dieser eine Typ. H.P. Baxter, aber er hat noch zwei andere Kollegen, die, ich glaube, die sind zu dritt Scooter. Ach echt? Man kennt aber nur den Blondie. Das ist ja interessant. Also ich kenne ihn nicht, aber ich würde ihn gern kennenlernen. Ich nicht, aber macht nichts. Wie man Leute genannt hat früher, das passt jetzt gut dazu, ist Assi. Coole Socke. Assi hat man viele Leute genannt. Oh, das ist ja voll der Assi. Ja. Null Checker. Null Checker. Ach, Checker. Checker hat man auch oft gesagt, ne? Der ist voll der Checker. Oder die ist voll die Checkerin. Spacko. Spacko. Spasti. Ja, das Spasti kann man ja heute zu Recht gar nicht mehr sagen, zum Glück. Nee, das rutscht mir auch nie raus. Früher, warum hat man das eigentlich, man hat einfach nicht nachgedacht. Naja, egal. Dann ist ja jetzt schon besser. Frauen wurden auch gerne, also Freundinnen wurden gerne als Perle oder Schnalle betitelt. Was ja, also Schnalle geht natürlich gar nicht. Perle, weiß ich nicht. Perle finde ich eigentlich ganz süß. Hat Perle was Abwerdendes? Ist Perle auf irgendwas Schlimmes bezogen? Ja, da hinten kommt meine Perle. Finde ich ganz nett. Ja, aber würdest du, also ich würde nicht Perle genannt werden wollen, ehrlich gesagt. Hör mal, Perle. Also ich würde gerne Perle genannt werden. Ihr dürft mich gerne alle Perle nennen. Ich könnte dich jetzt Perle nennen. Ja. Perlerich. Perlerich. Hey, Perlerich. Was ich auch gefunden habe, war, dass Leute, also dass Frauen ihren Freund Lover, also Lover genannt haben. Aber das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Also natürlich auf Englisch, aber also das finde ich jetzt auch Lover, finde ich komisch. Aber Perle ist ja nun wirklich auch nicht netter. Wie hat man den Typen genannt? Gibt es jemanden, der sagt, also coole Socke finde ich ja echt, das ist so echt, dass Ende der 80er, Anfang der 90er rauskam. Auf jeden Fall. Coole Socke, total. Generell das Wort cool. Cool hat man sehr oft gesagt, ja. Genial. Spitze? Spitze, ja Spitze ist schon, Spitze war früher. Spitze war früher. Das ist auch nicht auf meiner Liste drauf. Was eben drauf ist, ist eben dieses, also man hatte zuerst das bockt oder das bockt nicht. Und dann kam dazu, das schockt. Kennst du das noch? Ne, das kenne ich nicht. Das hast du schon gesagt. Ne, das kenne ich nicht. Ja, das ist so, ja, welches Fach magst du gerne? Mathe nicht, das schockt nicht. Aha. Das war, wenn was langweilig ist, dann schockt es nicht. Ja, das mag ich nicht. Sackscharf. Sackscharf? Ja. Sackscharf. Sackscharf. Sack, Affenscharf. Ja. Rattenscharf kenne ich, aber nicht Sackscharf. Rattenscharf gab es natürlich auch. Und jetzt kommen meine drei absoluten Lieblinge. Das ist jetzt quasi der Gipfel dieser wunderbaren Ausdrücke aus unserer Jugend. Der Klimax. Und zwar sind es ... Aber warte mal, bevor wir zum Klimax kommen, ganz kurz. Sackscharf macht für mich gar keinen Sinn. Weil ein Sack weich ist und nicht scharf, ne? Ja, weil er ist auch nicht so scharf ein Sack. Aber ich glaube, das geht eher um die innere Schärfe, ne? Also ... Also was im Sack drin ist, ist scharf. Ja? Ich kann dazu nicht sagen. Aber es ist ja eher salzig oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich da ... Ich habe keine Ahnung. Wieso lachst denn du jetzt? Das kann ja wohl nicht sein, du Nullchecker. Lass uns zu den drei ... Lass uns zu den drei klimaktischen gehen. Die drei klimaktischen Ausdrücke sind keine einzelnen Wörter, sondern sind zusammengesetzte Wörter. Und die sind ... Nagel dir ein Kotelett ans Knie. Oh, da fällt mir noch eins ein. Es gab auch ... Fick dich ins Knie. Ja, fick dich ins Knie. Ich laber dir ein Schnitzel ans Ohr. Ja, stimmt. Gab es auch. Das war gut. Dann auf Platz zwei ist bei mir ... Moment, Moment, Moment. Was heißt denn das? Nagel dir ein Kotelett ans Knie? Das heißt, ist mir scheißegal, was du machst. Von mir aus nagel dir ein Kotelett ans Knie. Eine sinnlose Beschäftigung. Das ist dasselbe ... Kannst du das von früher? Ja, das kenne ich von früher. Genau. Das schlägt in dieselbe Kerbe wie ... Strick dir ein Fahrrad. Strick dir ein Fahrrad? Ja, das ist genau dasselbe. Nee, das kenne ich. Kennst du es nicht? Das waren diese Sätze. Da gab es auch zum Beispiel, wenn du was erzählst, was ich sehr langweilig finde, dann habe ich gesagt, okay, wo ist der Bus? Und dann sagst du, was für ein Bus? Sag mal. Was für ein Bus? Der Bus mit den vielen Leuten, die das interessiert. So, Leute, hat man in den 90ern miteinander geschnackt. So war das. Ja, so hat man sich verarscht, Brühe. Okay, cool. Ja, genau. Und dann meine absolute Nummer eins ever ist ... Ja, August, back dir ein Eis. Genau. Genau, back dir ein Eis. Back dir ein Eis. Ach, Mann. Das ist echt ... Das bringt mich jetzt back to the future. Wie eine Zeitreise gerade, bitte. So schließt sich der Kreis. Wie eine Zeitreise zurück in die 90er. Passend zu Back dir ein Eis habe ich ein Bier mitgebracht. Geil. Warte, ich muss es kurz holen. Warte, warte. Warte, warte. Hole das Bier. Ich bin auf dem Posten. Er ist auf dem Posten. Das ist doch toll, August. Das bockt, das fetzt, dass du wieder da bist. Das fetzt richtig jetzt gerade. Es knallt. Nee, knallt sagt man heute. Ja, das knallt, sagt man, glaube ich, heute noch. Weiß ich jetzt nicht. Also, ich habe ein Bier von einer Brauerei, die wir bereits einmal getestet haben, aber diesmal eine Kooperation mit einer anderen, die wir noch nicht hatten, nämlich Omnipoyo mit dem Baxton. Doch, Omnipoyo hatten wir schon mal. Ja, aber Baxton nicht, habe ich doch gerade gesagt. Wir hatten das letzte Mal ein Alkoholfreies von denen. Genau, ich habe gerade gesagt, wir haben eine, die wir schon hatten, in einer Kooperation mit jemandem, den wir noch nicht hatten, nämlich Baxton, Baxton Brewery. Und wir haben hier das Original, Original Rocky Road Ice Cream Bier. Und das ist sehr, 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 sehr interessant, denn das ist ein Imperial Porter. Das ist ja deine neue Lieblingsbiersorte, ein Porter, nicht wahr? Das stimmt, aber Imperial ist so doppelt stark. Es ist sehr, sehr stark. Die sind immer ziemlich heavy. Ja, das hat 10 Prozent. Das heißt, da muss man jetzt irgendwie tapfer sein. Mal kurz, nicht wahr? Aber das Tolle an diesem Bier ist, darum bin ich wegen Backdien-Eis draufgekommen, Rocky Road Ice Cream ist eine echte Eissorte. Kennst du die vielleicht? Ja, ja, kenne ich tatsächlich, Rocky Road Ice Cream. Ja, ich weiß nicht, wie ich es schon mal probiert habe. Rocky Road Ice Cream ist mit Erdnüssen, mit Vanille und Marshmallows und Schoko. Also es ist quasi ein Schoko-Eis, in dem sind Erdnüsse drin und so kleine Stückchen von, also eigentlich ziemlich große Stückchen, so Marshmallows ist eine sehr leckere Eissorte und ist logischerweise in Amerika, in Kalifornien und so ist es irgendwo erfunden worden und ist natürlich sehr, sehr in. Ja, da habe ich mal gewohnt. Wirklich? Sehr interessant. Ach, das ist ja toll. Gut. Glaube ich. Später mehr darüber. Jetzt bleiben wir kurz bei dem Bier. Du darfst kurz etwas über die Flasche sagen, wenn du möchtest. Ja, ist eine klassische Longneck-Flasche, gut für Recycling, blauer Kronkorken. Es ist komplett dunkel, was da drin ist. Es ist wirklich eine, also als ob es die Seele des Teufels da drin gefangen wäre. Und es ist ein kleiner grüner Kackhaufen vorne drauf mit Beinen und so Comicbuch-Füßen dran. Also so, als ob die Beine von Donald Duck an dem Kackhaufen dran wären. Und ansonsten gibt es ja nicht so viel zu beschreiben. Es ist auf jeden Fall ein Hingucker, würde ich sagen. Das finde ich auch. Definitiv. Genau. Und ich kann dazu viele tolle Sachen erzählen, nämlich zum Beispiel, dass dieses Bier wirklich gebraut ist mit Marshmallow, Kakao-Nips. Kakao-Nips sind kleine Kakaobohnen. Und Milchzucker. Außerdem mit Vanillebohnen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass Vanillebohnen sind. Ich dachte, das wären so Stangen. Schweigen. Ich habe so einen Vanille-Grinder. Da sind so ganz viele, ja, ich dachte auch so. Eher so Stangen drin. Aber vielleicht nennt man die Stangen Bonen. Ja, man weiß es nicht. Also bei denen auf der Seite selber steht eben mit Vanilla-Beans und mit verschiedenen Aromas. Das weiß ich jetzt nicht so genau, wie ich das finden soll und was genau gemeint ist, weil das steht da eben nicht so richtig. Aber ich weiß, dass sehr viel verrückte Sachen drin sind. Und es ist eben ein Imperial Stout. Das bedeutet, es werden sehr viele Malzsorten mit reingebracht. Weil es sind die dunkelsten von allen Bieren. Das heißt, man hat viele Spezialmalze, Karamellmalz und geröstetes Malz und so weiter und so fort. Und ja, hinten drauf auf der Flasche steht eben auch ganz viel drauf. Also ganz viele Malzsorten, die da drin sind, die ich leider nicht so richtig übersetzen kann, außer Hafer. Ich weiß aber zum Beispiel nicht, was Vete-Malt ist. Kornmalt? Das ist Gerstenmalz. Und Kornmalt? Weizengalz. Ah, ja gut. Sehr viel Malz auf jeden Fall. Und du hast vergessen zu sagen, dass die Flasche einen sehr coolen, lilafarbenen Kronkorken ist. Der gefällt mir nämlich... Achso, ich habe gesagt blau am Anfang. Achso, du kannst ja nicht richtig sehen. Dann verzeihe ich dir das in diesem Fall. Danke, das ist nett von dir. Ja, so bin ich. Ich habe ein großes Herz. Immer schon großzügig gewesen. Richtig, richtig, richtig. Ja, genau. Und also dieses Bier ist gebraut in der Buxton Brewery. Die ist eigentlich auch noch relativ neu. 2009. Und eine Familienbrauerei. Und da kommt dieses Bier her. Und jetzt würde ich sagen, nachdem wir wissen, was da für abgefahrene Sachen drin sind, bevor ich jetzt anfange, hier über Imperial Stout zu labern. Was ich aber sagen muss kurz, ich muss mich einmal ganz kurz korrigieren. Weil Vete ist natürlich Weizen und Korn ist Gerste. Ja, ja. Aber das ist nur nebenbei. Komm, let's go. Ich erzähle euch später noch ein bisschen was über diese Biersorte. Jetzt wollen wir aber erstmal dieses leckere Bierchen probieren. Hier ist das Geröff vom Omnipoyo. Ich habe vergessen, wie es heißt. Wie heißt nochmal das Eis? Rocky Road Ice Cream. 3, 2, 1. Ja. Für mich. Oh, Leute, der Nebi. Ich kacke ab. Schnell den Nebi einatmen. Ich kacke ab. Ich kacke. Ich hätte das viel schneller, dieser blöde Öffner hier. Es riecht gut. Ich möchte für immer nur an diesem Bier riechen und nichts anderes mehr machen in meinem Leben. Das riecht wie eine weiche, kleine, pelzige Hand voller Liebe, die mir durchs Gesicht streichelt und mir sagt, du bist für immer in Sicherheit, Baby. Ich muss auch sagen, das Aroma ist absolut umwertig. Oh, Alter, riecht das gut. Ich kacke ab. Es riecht so gut. Es riecht so doll nach Schokolade. Es riecht nach Marshmallows. Es riecht genau nach all diesen Sachen, die du gerade aufgezählt hast. Das riecht so gut. Ich möchte das als Bodylotion benutzen. Ja. Ein tiefdunkles Schwarz mit einem braunen Schaum. Sehr dunkel. Mit ganz vielen feinen Blasen, aber auch ein paar wenigen größeren Blasen. Und der liegt da so obendrauf wie so eine schöne alte, treue Decke. Alte, treue Decke. Ich trinke die jetzt. Ja, ich trinke die auch. Achtung, es ist sehr stark. Boah, es ist geil. Boah, saugut. Saugut. Also das ist wirklich saugutes, saugutes Porter. Okay, Leute, das ist nichts, was man zum Essen trinkt oder irgendwie sowas. Das ist ein Nachtisch quasi. Ja. Ja. Ja, aber du sagst ja immer, dass sowas zu einem Schokoladenkuchen passen würde. Also von daher zur Nachspeise halt. Aber es ist nichts, was man... Auch nicht zwei wahrscheinlich. Fünf oder sechs, also definitiv kein Session-Getränk. Aber so zwei und dann sind die auch ziemlich stark. Da ist man gut bedient und beim kalten Herbstabend so verregnet. Draußen sitzt man zu Hause vorm Kamin. So, so stelle ich mir das vor. Und das ist ein absolut gutes... Ja, nein, es ist ein Imperial Porter. Es ist ein Imperial Porter, oder? Und es hat zehn Prozent eben. Das habe ich aber, glaube ich, eben schon gesagt. Ich erzähle euch eben wieder was gelernt. Gleich noch was über die Imperial Porters. Es ist richtig lecker. Also es ist einfach richtig toll. Und das Imperial, Imperial. Aber was auch wirklich... Also was man hier sagen muss, finde ich, bei diesem Bier ist, das darf auch ruhig ein bisschen warm werden. Das ist okay. Okay, so ein dolles Aroma, das muss man nicht eisekalt trinken. Das kann man so, weiß ich nicht, elf bis 15 Grad... Nee. Kann man ruhig ein bisschen wärmer machen. Zehn. Richtig lecker. Ja. Kann man definitiv... Also ich finde, es ist ein hervorragendes Porter. Muss ich leider sagen. Ich sage... Wie gehen wir an die Bewertung ran, bitte? Ach so, Erdnuss, ne? Erdnuss. Es ist mit Erdnüssen gebraut. Das ist doch wohl heftig, das muss ich noch dazu sagen. In diesem Sinne, Scham geboren. Ein Podcast. Zwei teilnehmende Parteien. Drei schwedische Epidemiologen bzw. Gesundheitsamtsbürokraten. Drei. Hattest du jetzt schon drei oder muss ich vier sagen? Ich hatte jetzt schon drei, ja. Oh. Ich habe vielleicht... Vier leicht habe ich ein bisschen einen in den Kahn jetzt schon von dem Bier. Von dem Imperial Porter. Ja, das ist stark. Ja, Podde. Das ist stark. Von den Podde. Und ihr da draußen seid auch stark. Ihr seid alle stark. Wir lieben euch. Ich liege gediegen in einer Hängematte und ziehe mir übelst geile geröstete Erdnüsse rein. Und denke mir, mh, diese kleinen Perlen, die gebe ich mir jetzt. Aber ich habe so Durst und es wäre richtig fett, wenn jetzt irgend so ein Nullchecker ankommen würde und mir Ast rein irgendwie was Geiles zu trinken bringen würde. Das würde so bocken. Und dann passiert was, das ist total genial und übelst abgefahren. Du kommst um die Ecke, singst dein Lieblingslied. Do it. Ja. Bitte lass es nur ein Witz sein, bitte, lieber Gott. Ich kriege voll die Krise, weil ich nämlich dein Lieblingslied total scheiße finde. Aber das macht nichts, weil du bist so entgeil, dass du mir einfach ein übelst leckeres Imperial Porter bringst. Und ich sage, Alter, ich meine, der Song, Alter, cringe. Aber das Bier, wild. Und dann sage ich, was ich dann sage. Nee. Ich sage dir, ja, stimmt, geiles Bier. Weißt du was, bitte? Strick dir ein Kotelett und laber mir nicht ein Fahrrad ans Ohr. Bevor du hier, ja, pfing dich ins Knie. So. Bewertung Ende. Aber das Biergeiles, darauf können wir uns, glaube ich, auf jeden Fall einigen. Definitiv. Schön. So, mein Spatz. Es ist Zeit, bitte. Möchtest du mir noch was Kleines erzählen oder soll ich... Nein, nein, nein. Soll ich einfach mit einem schönen... Es ist vorbei. Ich habe nichts mehr, nach so einem tollen Bier, it's such a hard act to follow. Ja. Ich kann nicht mehr hinterher. Das ist... Wir sind fertig. Gut, wir sind fertig. Dann bleibt mir nichts weiteres übrig, als euch, meine lieben Xiaomi, mit einem wundervollen Zitat ins Wochenende zu schicken, wie immer. Und diese Woche hat das Zitat was mit Eiscreme zu tun. Wer hätte das gedacht? Und es ist ein übelst geiles Zitat. Es ist nämlich aus dem wunderbaren Film Frozen. Und es lautet... Manche Menschen sind es einfach wert, für sie zu schmelzen. Denkt daran an eurem wunderbaren Wochenende. Seid lieb zueinander. Ruft eure Großeltern an. Und habt euch lieb. So ist das. Cringe. Wieder, 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 wieder. Was gelernt? Erstens. Ibiims. Schweden hat eine Sterberate von 57,4 pro 100.000 Einwohner. Die nordischen Nachbarn Norwegen und Schweden, äh, Entschuldigung, Norwegen und Finnland im Vergleich nur 5, beziehungsweise 6,1 pro 100.000 Einwohner. Das Bruttoinlandsprodukt ging in dieser Zeit für Schweden um 8,3 pro 100.000 Einwohner zurück. Mehr als bei beiden anderen Nachbarn. Man kann also nicht so wirklich darüber streiten, wer da die richtige Strategie gefahren hat. Und zweitens. Imperial Stouts sind die allerdunkelsten von allen Bieren, die es gibt. Sie sind opak. Das kennt man von Photoshop, wenn man Fotos durchsichtig machen will. Diese Biere sind opak, also undurchsichtig. Und sie haben ganz wenig Kohlensäure, samtig weichen Schaum oder manche haben sogar gar keinen Schaum. Und das Malz dominiert alles, 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 alles. Es ist ganz viel Malz drin, es ist ganz wenig Hopfen drin, fast nicht bitter, einfach nur stark, süß und geil. Und drittens. Also für alle da draußen, die denken, dass man sich natürlich eine Pizza teilen kann. Ihr seid völlig irre. Es kommt eine Pizza für eine Person. So war es immer, so war es schon zu Christi-Zeiten. Und jeder, der dagegen verstößt, ist quasi ein ungeschriebenes Gesetz, gehört eigentlich weggesperrt. So, niemals Essen teilen, außer jemand hat doll Hunger. Tschüss.